Drei Nischen-Klicker, die dazu führen, dass noch mehr Besucher auf deine Affiliate-Links klicken und du damit deine Einnahmen noch erhöhen kannst. Bleib dran! Es geht also um drei kleine Methoden, wie du deine Erfolgsrate deiner Affiliate-Links noch weiter erhöhen kannst und damit natürlich auch deine Absprungrate senken kannst und deine Einnahmen der Nischen-Webseite erhöhen kannst. Einer, ganz klar, das Pop-up beim Verlassen der Webseite. Gerade wenn du deinen Testzieher, dein Sparangebot oder irgendwas sehr Interessantes aufpoppen lässt, wenn der Besucher gerade die Webseite verlassen will, ist das immer sehr gut. Pop-ups sind generell sehr nervig, aber wenn der Besucher gerade sowieso dabei ist, die Webseite zu verlassen, kann man ihm nochmal die Aufmerksamkeit in die Fresse schlagen, sozusagen, um zu sagen, hier, das habe ich noch für dich, willst du das vielleicht? Senkt man seine Absprungrate? Ich habe für mich die Durchklickrate damit oftmals sehr erhöht. Es ist nicht eine reine Statistik, auf jeder Webseite ist es ein bisschen anders, bei einigen Webseiten nicht super toll, aber trotzdem bringt es was. Daher Punkt 1, das Pop-up beim Verlassen der Webseite. Punkt 2, das Wortchen Sparangebot oder Sonderangebot. Kommt immer sehr gut, gerade beim Link oder gerade beim Button. Wenn du also hinschreibst, hier geht es zum Sparangebot des so und so, wird natürlich ein Neugier-Effekt erweckt und der Besucher klickt öfter mal hin, um zu gucken, was ist denn das für ein Angebot, was haben wir denn da? Und dann ist er direkt auf der Webseite und ist auch viel schneller dabei gewillt, daran gewillt, dieses Produkt zu kaufen. Und Nummer 3 ist einfach die Art, Aktion zu machen. Wenn du zum Beispiel mit drauf schreibst, dieses Produkt wird nur diese Woche für diesen Preis verkauft, ansonsten in Klammern für den doppelten Preis. Sollte natürlich keine Lüge sein, sondern du solltest dann wirklich gucken, wo du Angebote machen kannst, die du dann auch noch wirklich gut darstellst. Und wenn du eine oder die drei Varianten zusammen mit reinnimmst, verspreche ich dir, wird sich deine Durchklickrate und dein Erfolg mit deiner Nischenwebseite erhöhen. Wenn dir dieser kleine Tipp gefallen hat, tu mir einen Gefallen und gib mir einen Daumen hoch. Abonnier meinen Channel, um weitere solcher kleiner Tipps zu erfahren. Und wenn du Bock hast auf mein Webinar in drei Schritte, vierstellige Einnahmen, klicke hier oben auf den Button und dann sehen wir uns im Webinar oder im nächsten Video zu Win-Win-Marketing. Alles, alles Gute, dein Lars Belaski. Ciao.